hallo herzlichen willkommen bei der nächsten folge von borderline 2 und ja wir machen diese unten diese dingsmongs endlich fertig weil wir langsam wieder bis und ja und wir sind ganz nah ich hoffe dass wir sind die richtige stelle habe ich richtig abgeschlossen die missionen ja so thema für reden dass es gerade mich niemand an das ist mir wichtig also ich bin kein von deinem püppchen irgendwas stimmt nicht weil ich diese nämlich also nicht komplett abgeschlossen merke ich wie werde ich damit ich hasse es ich habe so wenig platz finde ich immer immer noch so habe ich wenig platz uh gesundheit ist ein schlimmes spiel finde ich für acht prozent was bringt er jetzt schaden der von einzeln bestimmte waffen art verursachen wird ok muni 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 schuss schaden aber waffen genauer 50 präsent waffen genauigkeit und 90 prozent und landgeschwindig dafür werde ich nicht lange nachgeladen das freut mich sehr 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 wurde die waffen ich habe mir kontrolliert was kann nicht ich da machen komm schmeißen mir diesen aus ab lol lol ich könnte sie wegschmeißen und das kann sich wegschmeißen wie die sind viel wert und das auch noch zack haben wir ja ja beide ok die ich brauche zack, zack, zack LOL Granaten das auch Nein Das war ziemlich düster Ja, mach ich LOL 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 Ah Die wenige Sekten Komm, Netze So mach ich Aufmachen LOL Oh Ich hoffe, ich kann schon weggehen Oh, endlich vorbei mit dieser Mission Ich sag euch, ich hasse diese Runden zu zeigen Gehen zu zeigen, zumal Gibt es noch mehr Mission oder was? Okay Gehen wir zu den Ich glaube, ich gebe den Moxie Ich habe keinen Bock mehr Und den anderen geben Wie er findet, soll ich den Moxie geben oder nicht? Mich interessieren Ihr habt mir bei unserem letzten Zusammentreffen einige Gliedmaßen abgenommen Ich hoffe, der Geruch meiner Extremitäten wird aus einem Verstecklochen bis zu Ende zusammenklappen Ich platziere meine Hand vor Slappys Bau in den Heils LOL Und jetzt gehen Okay Gehen wir wieder zu Da hin Aber schau ich, ob kann mein Event Eventar Geht es an? Ja Gar nicht Geil Nächster wird wohl 50er Dich Ich hab ihn mit dem Moxie alles als ich glaube diese sorge besser Ja ist besser, mal sehen ob habe ich irgendwo noch bessere, nein, nein, schlecht, schlecht. Okay, mal sehen auf Schrott, aber die ist verdammt genau, so genau, Feuerrad ist nicht so schnell, Ladezeit besser, Magaziner ein wenig. Die sieht gut aus, sondern einfach, nö, nö, ich schaue bei Snap'n mal auf die Schaden, kann ich abschneiden, okay, kann ich alles verkaufen. Nein, das ist keine Waffe. Ja, dieses Geil, eindeutig, ich verwende nicht so viel Munition, sau genau, sage ich euch. So, verkaufen, 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 verkaufen. Sooo, jeps, alle was, wohin, warte mal, Quest, was für Quest haben wir jetzt? Ja, Hauptquest, klar, deswegen hab ich mir gefragt, was für Centuary, ein Quest, Centuary, ja, wir sind da, mal sehen, ach nee, Clubschrap Geburtstag, das ist die beste Party aller Zeiten jetzt werde, Markus, Kota und Moxi sollen wieder gehen. Weil du willst nicht, du Arschloch, ich werde allein, und das heißt, das sind Freunde, da sind Freunde! Da sind Freunde! Na ja, ist auch ein bisschen verarscht, glaub ich. Ja, lach dumm wie du kannst! Ja, gleich wieder Party, yay, Party, yay, tanzen wir! Ich hab Pizza und Luftschrank besorgt, schmeiß den Ghetto-Blaster an, und dann geht die Party richtig los! Hm. Wir tanzen Hula Hula Hula, yeah, 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 yeah! Und dann, wir tanzen Hula 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 H Anscheinend sind die Augen nicht riesig. Hi Niemand, wie geht's dir? Ja gut, gut, passt, passt. Na was hast du so gemacht? Nix. Ey Niemand, willst du auch Pizza? Ja klar. Okay, da, haben wir. Eine Pizza will ich. Over. Danke, kurze, Prost. Prost, Prost. Yay. Puste nochmal da rein. Vielleicht kommt die Party dann in Schwung. Yay. Gefällt dir die Party? Ja, supi. Beste Party aller Zeiten. Ich war nicht am besten Party wie bei dir deinen. Und warte mal. Das war's dann wohl. Danke, dass du zu meiner Party gekommen bist. Und das hat. Ich, äh, ich glaube, ich hab viel zu viel Pizza gekauft. Dann nimmst ihr welche mit nach Hause, wenn du willst. Nein. Das war die beste Party, die hier geschmissen haben. Ich glaube, ich bin doch schon mal dabei, oder? Nur eine Person war dabei. Warte mal dabei. So. Die beste Party, yay. So Leute, Freunde, Beide. Haben wir das noch? Ich hab' den Job fertig. Komm doch mal bei meinem Laden. Lasst vorbei. Okay. Komm' ich, Kelly. Bitte. So Leute, ihr werdet dann das war's. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Borderlands 2. Und vergesst nicht bewerten. Das würde ich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.